ja das ist ja gar nicht so schlimm was hier gerade passiert das hier geht mir viel mehr gegen den strich wie soll ich das denn schaffen ich habe so null ahnung nö ist halt tot am sammler wird angegriffen der soll auch gleich tot ich kann nicht so schnell produzieren wie ich eigentlich produzieren müsste es war so klar dass der schweiz sammler darauf geht eine ahnung der ansatz ist auf jeden fall nicht verkehrt würde ich jetzt mal sagen wir haben hier auf jeden fall so weit zumindest erst mal die scheiß raketen geklärt dass sonst dass er damit uns nicht auf den sack geht super haben sie halt echt kaputt gemacht das war waren wahrscheinlich sogar meine eigenen leute und jetzt habe ich natürlich keine kohle mehr um jedenfalls großartig nachzubauen das heißt die kommt von da ich habe drei basen gegen mich das ist jetzt nicht so schlimm dass den kann ich einnehmen von bern fertig ich habe aber keine kohle um mich großartig zu verteidigen das ist so mein großes problem die kam aus dem nichts noch auch nicht aber ich habe halt keine kohle ruckzuck sind seit die 30.000 aufgebraucht geworden ich denke mal sofern wir uns irgendwie ein bisschen noch mal zurück gekämpft haben ist es nicht schlimm wir müssen unbedingt zurückkommen hier wird es wahrscheinlich noch mal etwas größeres ding sein dahin auch noch ein start geht er jetzt hin auf alter really ok ich hatte hier noch mal ein bisschen ich muss mir jetzt ein bisschen was überlegen dass ich da irgendwie ein bisschen vorankommen weil so geht es ja überhaupt nicht so ich schalte euch kurz mal dazu sind kurz davor der ding fix mein zu nehmen sammler wird schon wieder angegriffen dazu wird nicht ja ja trotzdem auch schon müssen wir uns da irgendwie jetzt dran schlängeln das wird auf jeden fall nicht reichen versuche jetzt irgendwie mit meinen ding ins panzer ist einmal abzuziehen ach komm schon wo ich halt doch noch mal noch mal zurück und neuen ingenieur holen das ist auch nicht ganz so schlimm müssen wir halt noch mal zurück als ob er mir so ein ding jetzt kaputt gemacht hat man siehst du die dinge aber die ohne nachbauen also so schlecht so gut sind jetzt auch nicht klar ist derzeit dann nicht ganz egal so wir brauchen jetzt auf jeden fall noch mal wir haben auf jeden fall schon mal eine kleine macht womit man arbeiten kann aber mal abgesehen wir haben jetzt aber auch nicht wirklich viel geld wo ich sagen könnte ja damit dass damit kann man umgehen so wir haben immer noch gut ein bau doch ist jetzt nicht ganz so geil wir holen uns noch mal einen mobilen sensor tower aber dafür müsste ich eigentlich mit dem mit viel größere reichweite haben als der in der hoffnung dass es funktioniert also eher gutes passt trotzdem ist okay nach komm schon alter da wo geht er rauf ist okay können wir können wir noch mit neben wir brauchen noch mal ein paar schwebepanzer ist okay klar er macht mich mürbe alles drum und dran ist aber okay wir müssen jetzt noch mal kurz mal schwebepanzer nachbauen problem ist ja wenn ich mir den disrupt dann angreifen dann macht er natürlich auch meine sachen mit kaputt nein darauf habe ich ehrlich gesagt kein wirklichen bock davon normalerweise könnte ich auch einfach aber es so langsam ich weiß nicht ob ich hier ist denn so hoch kommen kann euch ziehen wir jetzt hier mal rüber machen wir den nämlich kaputt dann machen wir das ding kaputt und dann haben wir nämlich erstmal du müssen es hoffe ich zumindest keine raketen gegen uns wir holen uns auch noch mal eine werkstatt wir sind auf jeden fall stärker das ding wird auf jeden fall kaputt gemacht dann haben wir auf jeden fall an sich keine dinge zuerst noch zu befürchten hoffe ich zumindest keine raketen weil ich raketen sind permanent von hier gestartet dann haben wir hier noch mal was da noch mal was da oben noch mal was hat doch mal rein dass sie da beide drauf schießen könnt abgeschlossen ihr müsst da erst mal rauf der moloch der kriegt dann auch noch mal seine möglichkeiten einmal da und einmal da oben das heißt wir müssen an sich drei basen aushebeln ist an sich nicht so schlimm wenn ich denn halt da irgendwie hinkommen sofern halt die raketen weg sind das ist auf jeden fall das größte problem gewesen dass die raketen halt so viel kaputt gemacht haben und ich mal sehr viel nachbauen musste damit sollte das auf jeden fall kein problem mehr sein wir können die dinge halt von mir kaputt machen ja natürlich waren seinen kaputt muss jetzt unbedingt zur reparatur kollege ihr müsst ja alle drei mal dahin das hat dass die halt wirklich nur permanent auch mal in luftabwehr gehen haben sich genug geld wir brauchen auf jeden fall jetzt noch ein bisschen geld unser mollach haben sie jetzt kaputt gemacht das ist nicht ganz so drastisch ist okay kann wir auf jeden fall mit arbeiten als nächstes werden wir mal gucken ob wir da irgendwie hochkommen hier ist nämlich auch eine base du darfst auch mithelfen man dass das ist dann schon hier kein miteinander ist und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch das ist halt so das ist halt so dass die halt permanent mit ihren arten dinge ankommen muss irgendwie gucken ob ich da die artillerie rausnehmen kann ich habe natürlich jetzt meinen eigenen sammler gestand oder was das hat jetzt natürlich ordentlich die art art gezogen da haben wir nochmal blau das ok an sich wir haben wir haben wir haben sehr sehr viel blau normalerweise bräuchten wir haben wir noch hier muss ich auf jeden fall hin dass wir haben da nichts mehr leitjäger so wir sind hat sich relativ gut okay und der unterwegs wir werden mal wo über speichern so das heißt ich werde aber jetzt kurz mal wieder rausschneiden ich muss jetzt meine leute erst mal reparieren mir ein bisschen was aufbauen mein nächster schritt ist halt fünf gleich jeder hoch schicken art theorie erst mal ausschalten und dann sehen wir mal also wir sehen uns gleich wieder wenn es weitergeht weiter geht es keine ahnung ich nehme was weiß ich wie lange schon auf ich muss wahrscheinlich extrem viel rausschneiden ja ich nehme jetzt seit zwei stunden vier auf ich habe mir jetzt ein mammut geholt der wahrscheinlich gleich ins verwecken wird oder auch nicht doch der steck als gedacht und ich will jetzt hier mal nach vorne gehen ich weiß nicht ob hier noch irgendwas ist an gut da ist halt wirklich neuner weil von hier aus kommen nämlich immer a tree und hast du nicht gesehen hier drüben ist noch eine basis hier sieht man es ja ich bin mal hier mit einem mit dem projekt und keine ahnung weiter drüber du bist bin ich bin nur permanent am ja korrigieren am gegenhalten entgegen das denn schon wieder wirklich nur am korrigieren am gegenhalten und das ist halt gerade einfach nur dezent nervig aber wenn wir eine seite erst mal noch mal clear haben kann ich auch meine ganzen drop da auch einsetzen ich bin auch nur am reparieren meine einheiten wirklich nur aber reparieren des rock frei frei und wir marschieren jetzt erst mal ein stückchen weiter mit den dingens rein mit dem mammut das reicht jetzt da nehme ich euch jetzt auch mit hier müssten werden auch wahrscheinlich dingens haben auch mal das eine oder andere gut ist jetzt natürlich dezent kacke sollte man einmal aufsteigen das natürlich jetzt extrem bitte sehr schön wir haben jetzt schon hier keine energie ist und jetzt nicht ganz so schlimm kurz mal nachbauen neue turbine rein solange unser mammut hier lebt ist es okay das ist jetzt kein beinbruch den wir irgendwie großartig haben das könnte man eigentlich rein theoretisch übernehmen einheit repariert einheit repariert und nicht gut überhaupt keine gute idee das ist doof ich hoffe man das ding gibt er nach als meinten ja sogar das war so klar als meine waffen fabrik das war relativ klar das ist natürlich an lucky dass es halt so gekommen ist haben sie jetzt mein mammut panzer kaputt gemacht alter ernsthaft alter das ist so nervig aber hier kann man auf jeden fall ordentlich was einnehmen an kohle aber die haben noch so viel von hier oben runter geschickt verstehe ich ja nicht die kamen doch immer was runter permanent 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 haben die von hier irgendwie einheiten runtergeschickt das ist halt alles geld die ist das was ich halt nicht brauchen kann diese stationen und deaktivieren sie da oben ist halt nur stationen da oben wird das passt ja unterirdische einheiten entdeckt mir relativ egal wir brauchen noch mal die haben mein tag zentrum kaputt gemacht das ist natürlich an lucky das heißt ja erster versuch hier irgendwie rein zu gehen ist gescheitert die die hier einmal relativ gut durch das heißt es könnte wahrscheinlich von da oben kommen das heißt ich werde natürlich wieder ein bisschen was rausschneiden dass ich natürlich auch ein bisschen fortschritt also bis gleich bis gleich